Nächster Redner ist Josef Pöö. Ich glaube, der gentechnisch veränderte Lachs, der hat ja mehreres in sich. Da ist auf einmal die Sache des Verkaufes. Auf der zweiten Seite die bedrohenen Konsumenten, wo man nicht weiß, welche Krankheiten in Zukunft auftreten. Und zu dritten kommt halt immer im Hintergrund das ganze DTIP. Das schwebt uns ja auch da noch vor. Und wenn also die heute von der FDA, also von der Food and Trucks Administration, wenn die also hier die Expertisen erstellen, die Zahlen zur Verfügung stellen, und das reicht aus, ohne dass man bestimmte Studien macht, dann muss ich ganz offen sagen, dann ist es schon die Dreistigkeit, wenn man sagt, der amerikanische Markt, wir von der Firma Aquapounty, wenn die dann sagen, wir bringen das auf den Markt. Selbst dürfen sie diese Tiere ja gar nicht züchten. Das lassen sie in Kolumbien und in Panama machen. Und ich glaube, die ganzen Umweltsprecher und besorgten Menschen sagen durch eins, was ist, wenn so ein Tier, das also dort in diesen Bereichen gezogen wird, was passiert dann, wenn das auskommt und in die Ozeane kommt? Na, dann haben wir das Problem. Und dann frage ich mich, wie die EU und etc. das kontrollieren wollen. Wenn der Fisch also im Atlantik schwimmt, dann muss ich ganz offen sagen, dann kennt er also die EU-Kontrollen einmal zum Ersten nicht. Der kommt trotzdem mal auf die Speisedeller. Zum Zweiten haben diese Lachse, werden gentechnisch insofern verändert, zum einen mit einem Wachstumshormon und zum anderen haben die natürlich auch dann noch ein bestimmtes Hormon, das ja auch in kälteren Gewässern, das ja also schwimmen können. Das bedeutet in weiterer Folge, während zur Schlachtreife ungefähr ein Lachs drei Jahre braucht, reicht es hier aus, dass man das vielleicht in 16 bis 18 Monaten hat. Also hier steht einmal der Profit im Vordergrund und hat nichts damit zu tun, also mit dem Wohlergehen der Menschen und nicht die Auflage, die wir von uns erwarten. Es geht hier um Lebensmittel, nicht um Nahrungsmittel. Und ich glaube, jeder Konsument in Europa, besonders in Österreich, hat das Recht, dass er ein Produkt, in dem Fall sage ich nicht gern, entsprechend geschlachtetes Tier, um die Frau Weigersdorfer zu zitieren, Tiere sind ja keine Ware, also auf dem Tellerkrieg. Das heißt, es geht um die Gesundheit, es gibt keine Studien, es gibt nichts und man muss das eigentlich kaufen. In dem Fall sage ich für alle im Ausschuss Danke für die breite Unterstützung und für die Zustimmung. Dankeschön. Es gehe um die Gesundheit, betont Josef Riemer von der FPÖ. Nächster Redner ist...